Diese digitale Welt verändert sich so schnell, dass man eine hohe Flexibilität und Pragmatismus auch so haben möchte. Ihr habt KI-Botschafter. Blue Colors und White Colors arbeiten sehr eng zusammen. Wie weit ist es wichtig, dass man dann auch das große Ganze sieht? Ja, dieser Continuous Engineering Ansatz, dass man wirklich alle Aktivitäten vertikal, horizontal integriert. Es geht um Menschen und auch es geht um diese Methoden, wo man auch anders zusammenarbeitet. Müssen die Mitarbeiter selbstbewusster werden. Und deshalb könnte man ganz oben bei den Bergen am besten diesen holistischen Ansatz haben, weil man diese breite Perspektive hat. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. 者. Ein. Fertig training. Untertitelung des ZDF, 2020